In diesem Video möchte ich zwei Erstelle 1 Sim-Modus-Räume vorstellen, die wie viele andere kein Bild, sondern richtige 3D-Objekte sind. Zuallererst möchte ich euch den ziemlich neuen Cast-Raum von meinem Kollegen Shayan vorstellen. Mit diesem wird der normale, blaue Erstelle 1 Sim-Raum in die tropische Inselwelt Solani verfrachtet, welchen es in insgesamt vier verschiedenen Farben gibt. Hier gefällt mir das Modern Bright fast am besten. Der tropische Stil, immer stelle einen Sim-Modus, ist eine nette Alternative zum sonstigen Blau. Wenn ihr die Mod installieren wollt, müsst ihr einfach nur die jeweilige Farbalternative herunterladen und in euren Mods-Ordner setzen. Ich habe ebenfalls vor einiger Zeit eine ähnliche Mod erstellt, die ich ebenfalls zusammen mit Shayan fertiggestellt habe. Mit dieser landen eure Sims in einem modernen Apartment in Sanmai Shuno, wenn sie sich umziehen möchten. Auch dieser Raum gibt es in mehreren Farboptionen, hellgelb, rot oder schwarz-blau. Für beide Räume benötigt ihr keine Packs, auch wenn diese Objekte aus manchen Erweiterungen stammen. Alle Links zu den beiden Hintergründen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Schaut vorbei, wenn euch diese gefallen. Werdet ihr euch einen der Räume ins Spiel laden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.